ja hallo heute mache ich es mit der hand weil irgendwie macht heute der live stream das gerät nicht was ich will okay da müssen wir es anders machen ich weiß zwar jetzt nicht genau wie wir es am besten machen können es will irgendwie nicht die alte ausrichtung ich weiß nicht warum ihr seid auch schon da sehe ich ihr seid schon da die ersten 17 sind schon da okay da muss ich jetzt mal überlegen weil mein kleines stativ hat diese ausrichtung gar nicht aber irgendwie will heute will heute youtube nicht dass das gerät die technik was auch immer hallo corinna ja ich wollte heute auch noch mal darauf eingehen wie mache ich das jetzt am besten jetzt habe ich ein inter jetzt haben wir ganz einfach ein technisches also ein technisches ein ausrichtung eine ausrichtung eine ausrichtung eine ausrichtungsaufgabe eine ausrichtung es gibt ja immer neue herausforderungen eine ausrichtungs herausforderung ich baste mir jetzt hier gerade was ich baste mir hier gerade was und ja gut dann bin ich jetzt ein bisschen weiter weg vielleicht so müsste es gehen hallo ja jetzt machen wir so es geht sehr unterhaltsam genau claudia versucht alles hier einzurichten es geht heute müssen wir leider so in diese richtung machen ich weiß nicht warum keine ahnung heute sagt mein gerät plötzlich die andere ausrichtung ist nicht möglich das bild wackelt wie das system sascha genauso es gibt ja keine zufälle alles ist ja genauso wie es sein muss liebe grüße an alle niebe grüße schindelege ist dabei wintertür ist wintertour ist dabei hallo ja sibille ist dabei sibille und norbert aus hückelhofen freue mich dass ihr da seid herzliche grüße vom urlaub aus koos wieder zurück in graz ist agnes wunderschöne zeit hoffe ich norderney ist da ich werde heute ganz ganz viel praktisches ich werde auf praktische dinge heute eingehen martin vanestange aus frankfurt schönen sonntag hallo aus varell liebe grüße auch corinna die gerade ganz am anfang da war ich wollte euch auch noch mal sagen es sind wirklich spannende zeiten es passiert ganz viel aber es passiert auch ganz viel was genauso passieren muss und versucht wirklich es ist es klingt so wie bla 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 aber versucht türkei ist dabei samsara hallo eindhoven edith versucht wirklich in dieser positiven energie zu bleiben es ist eine wahnsinnige herausforderung es ist super super schwer es ist nicht leicht also das leben ist nicht leicht aber versucht bitte in dieser in der trotz allem in der positiven energie zu bleiben wir gehen jetzt darauf ein winter ab in den süden sascha ja ich werde gleich einiges ich werde auf einige sachen jetzt gleich darauf eingehen also das was wir auch praktisch tun können wir fangen an begrüßung graz liebe grüß aus graz hallo es ist immer ein versuch wert richtig na ich meine jetzt es klingt immer so leicht der bleib in der positiven energie wer will nicht in der positiven energie bleiben und es ist so es ist wirklich eine herausforderung es ist nicht leicht aber wir können das ja gemeinsam zusammen gemeinsam können wir das schaffen vor alberg österreich ist dabei münster ist dabei hallo gemeinsam darum geht's gemeinsam die das gemeinsame und es wird vielen zur zeit auch bewusst dass wir nicht alleine sind nicht alleine in dem was gerade passiert niedersachsen ist da ja wir fangen wieder an australien begrüßen wir auch unsere zuschauer gießen hallo worms doris sebastian schöne grüße an sitze mit corona zu hause also viel kraft viel stärke ja der herbst ist auch die zeit die zeit der grippe september fängt das meistens so an dass viele wieder die grippe bekommen genau leicht durchatmen und ja dann geht es schon mal etwas einfacher und vor allen dingen auch wirklich immer die perspektive es geht immer hallo von der alp hallo münchen ist dabei chris kolumbus es kommt immer auch darauf an aus welcher perspektive sehe ich etwas und wie oft ist es so es entsteht aus einer mücke ein elefant weil wir reaktiv sind die grippe die grippe kommt immer im herbst gibt es es wird kühler hier auch es wird die nächte werden kälter die nächte werden länger es wird dunkler es wird abends früher dunkel wir können tagsüber hier noch t-shirts tragen aber abends muss man aufpassen weil dann wird es ganz schnell frisch und dann kriegt man auch ganz schnell dann doch eine erkältung oder eine grippe vielleicht herzlichen dank heißt europas vielen vielen dank ja das das geht schneller als wir uns das vorstellen können und deswegen ist der herbst auch immer ein bisschen tricky weil viele denken es ist noch sommer anna salzburg hallo liebe grüße berlin ist dabei der norbert und ja so sind wir menschen ja wir denken es ist noch schön wir haben das t-shirt an wir haben vielleicht auch gläschen alkohol getrunken merken nicht wie frisch es ist und schwuppdiwupp haben wir eine erkältung oder gar eine grippe oder etwas ähnliches wir haben einen tollen herbst wir freuen uns der herbst ist auch immer besonders schön das finde ich nämlich auch genau gute besserung alle die ein schnüpferchen oder was auch immer haben oder vielleicht auch mehr alle ganz viel kraft an uns alle eigentlich sachsen anhalt ist dabei ja ramona also die der herbst ist jahreszeitenwechsel und das hat immer was für sich ne ich habe ja auch schon in gegenden gelebt wo es ein ein weinchen in ehren kann niemand verwehren absolut ich habe schon in gegenden gelebt wo es keine jahreszeiten gibt also zum beispiel in mexiko gibt es klar es gibt jahreszeiten aber das ist ganz ganz wenig anders als im zum beispiel der winter dezember ist ganz wenig anders als zum beispiel der juni im juni wird es einfach in mexiko dann noch heißer noch etwas schwüler und also einfach nur noch mehr noch heißer noch höhere temperaturen und dann manchmal auch 40 45 oder 48 grad und im winter ist es dann 32 grad also das ist der einzige unterschied aber der herbst und so hat jede gegend und jedes land auch seine wunderbaren nicht nur herausforderungen sondern auch seine seine anderen dinge und der herbst in 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 europa finde ich finde ich einfach eine wunderschöne zeit es sind eher regen und trockenzeiten genau andrea in südamerika absolut aber hier in europa ist der herbst doch wirklich immer sehr sichtbar dadurch dass sich die blätter verändern die schönen baumfarben übrigens auch in new england kennt man das auch ne der indian summer wir haben ja auch in indian summer der herbst die die bunten blätter die fallen auf dem boden es wird frischer wir ziehen uns wieder eine jacke an unten schal und gehen spazieren und laufen durch das herbstlaub das hat alles auch was für sich das ist auch schön also alles ist ja wir müssen alles positiv und negativ sehen und nach dem langen sommer ist so ein herbst auch schön und natürlich auch winter vom feuer sitzen wie wir unsere gar sebastian ich gehe darauf ein kommt 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 wenn man kommt also ja es war sehr trocken stimmt viele blätter sind abgefallen aber hier zum beispiel bei uns ganz viele blätter sind noch da und vor allem gerade jetzt auch ab und ja der winter hatte hatte ja hatte oder hat immer noch hallo liebe sonja liebe grüße auch an sonja danke für die grüße auch an alle der winter ist auch schön vom feuer zu sitzen wenn draußen schnee ist und kalt und vielleicht das gewitter auch tobt und dann eine heiße tasse kakao liebe grüße an osnabrück ja ich die begrüßung in die ganze welt mache ich heute ganz kurz liebe grüße an alle in australien asien südamerika nordamerika afrika noch mal ganz herzlich gegrüßt also auch noch mal marokko paraguay und süd und süd und nord carolina und washington und und so weiter wo auch immer ihr seid und liebe grüße deutschland schweiz österreich belgien luxemburg lichtenstein und südeuropa natürlich auch also liebe grüße an alle wo auch immer ihr seid ich habe mir hier so ein bisschen so kuschelig den pulli so ein bisschen warm gemacht ja wie komme ich durch das was jetzt gerade auf uns zukommt es ist interessant denn all die dinge die wo es hieß das sind verrückte das sind menschen die ganz eigenartige ängste machen und 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 all das ja noch so ein königwurks genau obwohl der der jetzige könig ja als sehr modern gilt der auch offen ist für für die eu für die zusammenarbeit der eu seine frau ich glaube er selber übrigens auch seine frau hat glaube ich in paris studiert ich glaube er hat auch in paris studiert wenn ich mich nicht irre kurze zeit mal diese könige die werden ja auch immer überall hingeschickt zum studium und ja auch zum gucken wie so der normale mensch lebt also aus deren sicht der normale mensch lebt welche probleme so auseinandersetzung probleme gibt es ja nicht nur auseinandersetzungen nur immer dinge die uns beschäftigen wo wir wo wir wachsen können aus allem was passiert alles was passiert können wir wachsen das ist natürlich super leicht gesagt wenn ich mir zur zeit keine sorgen machen muss um meine energierechnung haupt hauptthema zur zeit hauptthema zur zeit danke shaya luna die herausforderungen genau der ist in bayern auf dem gymnasium wieder natürlich auch ein sehr sehr privates und teures gymnasium der sohn des königs von thailand naja könige die haben es vielleicht leichter aber vielleicht auch nicht also wenn ich viel wenn ich viel habe habe ich meistens auch große verantwortung das sieht von außen manchmal so schön aus aber glaubt mir jeder egal wo auf dieser erde ob ich jetzt könig bin oder ob ich bettler bin es spielt keine rolle jeder hat seine herausforderungen zu tragen und auch die queen die ja gerade gestorben ist ich glaube da spielt ihr galle jetzt gerade darauf an ich gehe gleich auf unsere situation ein auf die der normalen leute der der anderen leute aber auch die queen hatte ihre ganz großen herausforderungen ne es war ja nicht so dass es ein ein super leichtes leben war ohne herausforderungen schaut euch eure jugend an und schaut euch auch alles an charles ne also wir kennen die geschichte mit diana ihr sohn die geschichte mit dem sohn der ja der auch immer noch irgendwie ja wo alles wo eigenartige geschichten waren und 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 also kein leichtes leben andere herausforderungen es gibt niemand hier auf dieser die teetasse die steht hier die hatte ich heute morgen und die ist guck mal so so sieht die aus die bunte ist nicht da heute heute ist es die games of truth das ja es gibt kein leben ohne herausforderung niemand niemand der auf hier auf dieser erde ist niemand hat keine herausforderung so gehen wir aber jetzt auf unsere situation ein also alles was jetzt gerade passiert wurde ja von einigen schritt für schritt step by step seit einigen jahren mehr oder weniger so prophezeit will ich gar nicht sagen wurde es wurde gesehen dass es sich alles mit lippenstift ran genau so sascha genau so guck mal hier genau sascha ist der detail guckt ins detail genau so ist es habe ich den das den lippenstift habe ich ja immer ich liebe ja immer meinen lippen lipgloss und sieht man dann auch an der tasse ja all das was viele gesagt haben das wird kommen und wo es ist nein 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 auf gar keinen fall wir sehen dass es schritt für schritt sich doch in diese richtung entwickelt und so ne was interessiert mich was ich gestern gesagt habe das ist vergangenheit das was heute ist ist anders und jetzt mache ich doch das was ich was ich gesagt habe was nie passieren wird wird jetzt doch passieren und viele bürger haben zurzeit ja eine auktion für eine tasse mit lippenstift ach ich weiß nicht ob da viel zusammenkommen würde also die 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 auseinandersetzungen oder die sind ja da und damit werden die herausforderungen für die bürger ja gefühlt immer größer und ganz ganz viele menschen machen sich wirklich sehr große sorgen ich habe mir die rede im bundestag angehört ihr wisst also ich muss natürlich auch klar mich auch für politik interessieren ich versuche es so wenig wie möglich zu machen dass ich mir dinge anschaue aber ganz gezielt suche ich mir die informationen raus und ihr wisst ich liebe egal welche partei ich will überhaupt nicht über die politische richtung hier reden es gibt zwei frauen in der politik die ich wirklich sehr sehr schätze schätze und das ist vor allen dingen ihr wisst es das ist die frau wagenknecht und das ist die dame die zu der partei gehört über die wir nicht reden dürfen aber die ja beide in der opposition sind ja ja die andere nennen wir sie mal die frau weidel klar so diese beiden damen schätze ich sehr es sind starke frauen die sich auch trauen etwas zu sagen zwei frauen ich es gibt noch mehr frauen die schätze und auch männer die schätze aber ich wollte ganz gezielt hier auf diese beiden frauen eingehen weil beide eine rede gehalten haben die es in sich hatte und beide reden fand ich persönlich sehr 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 interessant sarah wagenknecht also ihr wisst ich schätze sarah wagenknecht seit vielen vielen jahren okay jetzt kommt 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 hier wieder einer jetzt also störer haben wir ja auch immer dabei gerade im live stream und das ist auch gut denn die störer geben uns auch immer energie ganz viel energie die wir auch umwandeln können in positive energie die sorgen die angesprochen werden in diesen reden sind ja nicht sorgen die irgendwoher rausgeholt werden aus aus der luft sondern es sind sorgen die sind tatsächlich spürbar die sind tatsächlich nicht nur spürbar sondern die werden auch bei den menschen in den ganz normalen gesprächen immer öfter thema ich habe bekannte ich nenne es mal vorsichtig bekannte in deutschland auch in aachen bekannte auch aus meiner alten zeit die da wo auch einige wirklich wirklich zur gehobenen mittelschicht gehören und die sich jetzt große sorgen machen die schreiben von 250 euro im monat ist meine energierechnung meine vorauszahlung für die energierechnung sind von 250 auf 1000 erhöht worden ja und da sind menschen aus der gehobenen mittelschicht mit also zwei doppelverdiener kinderhaus mit hypothek die sich extrem große sorgen machen einige auch die sagen so schlimm wird es schon nicht kommen wir werden einspruch einlegen bei der energiegesellschaft denn 1000 euro im monat können wir nicht bezahlen wir werden einspruch einlegen und da denke ich dann bei mir selber naja ihr habt es immer noch nicht so ganz verstanden was jetzt gerade in der gesellschaft sich abspielt ihr könnt einspruch einlegen und damit meine ich es wird wenig sinn haben denn es wird es wird so es wird so bleiben ihr müsst die preise sind so der markt ist so die preise sind hoch also da kann ich tausend mal einsprechen von 72 euro auf 375 euro ralf danke für den hinweis es spielt keine rolle in welcher situation ich bin ob ich jetzt eine mini kleine wohnung habe und und 72 euro bezahlt habe und jetzt 375 zahlen muss als vorauszahlung das ist ja nicht die eigentliche rechnung die eigentliche rechnung 375 euro kann ja sogar sein dass ich dann noch 3000 euro nachzahlen muss diese chance besteht auch ich will jetzt niemandem hier angst machen aber die möglichkeit besteht so und wenn ich jetzt von 200 auf 1000 hoch gehe bin ich in der gleichen situation ja statistisch gesehen bin ich in der gleichen herausfordernden situation als jemand der von 72 auf 350 euro geht zum ersten mal seit vielen 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 jahren zum allerersten mal sitzen wir tatsächlich alle im gleichen boot wir sitzen im gleichen boot und es wird langsam auch allen klar es spielt keine rolle ob ich eine kleine wohnung habe wie gesagt ob ich ein empfänger bin von unterstützungen oder ob ich ob ich ein luxus eine luxus fehler habe es spielt keine rolle ich sitze in der gleichen situation so was kann ich tun was kann ich tun wie kann ich damit umgehen nun an dieser rechnung kann ich natürlich an diese vorauszahlung kann ich erstmal nichts ändern und da kommen jetzt die unsere wunderbaren politiker ja politiker gute politiker in ja außer den monako also sascha frankreich die die bürger in frankreich sind in einer etwas anderen situation denn dort haben sich die energiepreise um wenige prozent erhöht um wenige prozent ich glaube es war irgendwas vier prozent fünf prozent also ich habe freunde in in frankreich und die sagen alle ja es ist ein kleines bisschen teurer geworden aber nicht zu viel wie kann das sein alle gehören zur eu frankreich gehört zur eu die niederlande gehört zur eu und deutschland gehört zur eu nein das ist das habt ihr die fehlerbesitzer haben genug geld da da versteht er immer noch nicht das ist genau das wie die wie die bekannten in aachen mit einer groben mit einem großen haus die sagen ja wir haben ja noch erspartes es wird alles nicht so schlimm kommen glaubt mir letztendlich sitzen wir im gleichen boot ob ich jetzt das große haus habe mit der hohen hypothek oder vielleicht sogar abbezahlt und ich zahle diese preise ich habe natürlich auch andere ausgaben es geht jetzt ans eingemachte es geht ans eingemachte und dazu kommt noch diese inflation schaut euch an was das bedeutet schaut euch an was es für euer auto bedeutet schaut euch an was es für euer leben bedeutet was es für lebensmittel bedeutet schaut euch an wir sitzen alle im gleichen boot das sollte uns jetzt bewusst werden da ist nicht jemand der sagen kann ja ich habe die dicke villa okay vielleicht wenn ich zehn millionen auf dem konto habe aber glaubt mir auch da geht es an das eingemachte es geht jetzt darum es geht ihr habt es immer noch nicht verstanden und wie gesagt also das vermögen wird schwinden ja das vermögen gerade nein es muss nicht so sein es muss nicht so sein es gehört vielleicht mit zu zu dem was was passieren könnte es muss nicht so sein ich gehe darauf ein also frankreich andere situation noch noch ja ich weiß ja nicht wie lange das noch gut geht da wurde jetzt alles gedeckelt warum macon weiß ganz genau in frankreich ist eine ganz andere bevölkerungs zusammenstellung da gibt es sehr viele menschen in den sogenannten suburbs in paris in toulouse in marseille das sind menschen die ja die werden die werden auf die straße gehen oder andere dinge machen er hat natürlich panische angst einfach nicht bezahlen sollen die den strom abschalten ja da wird übrigens jetzt in den niederlanden kommen wir gleich drauf ihr habt ja gesehen was in paris passiert ist vor vor einiger zeit ja ist bei vielen schon wieder in vergessenheit geraten da ja da waren die luxusläden die wurden gestürmt die fensterscheiben waren kaputt und 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 in frankreich muss die also macron ist nicht schlau er hat seine berater das ist ja nicht macron der schlau ist es sind die berater die schlau sind es sind die berater die rat geben und die genau sagen was zu tun ist deswegen ist es auch vollkommen egal wer da sitzt ob das jetzt der präsident ist oder ein anderer die berater das sind diejenigen die die zügel in der hand haben die menschen hinter den beratern und glaubt mir einige sagen ja wir haben jetzt gerade minister die sind zu doof und die verstehen nichts die haben nichts in der hand natürlich sind das nicht diejenigen die die entscheidungen nehmen nini ich komme drauf natürlich natürlich sind das nicht diejenigen die die entscheidungen treffen die sind dahinter die sehen wir nie die sehen wir nie wegen der inflation geirrt zu haben also inflation könnte könnt ihr euch noch daran erinnern vor einiger zeit habe ich darüber gesprochen seit vorsichtig 2015 habe ich schon darüber gesprochen und habe gesagt seid vorsichtig mit sehr hohen hypotheken hypothek zinsen bei 0,5 prozent oder ein prozent die menschen junge menschen die noch keine lebenserfahrung haben haben hypotheken aufgenommen 200 300.000 euro hypothek 300.000 euro bei einem halben prozent ja sind das 1500 euro kann ich locker bezahlen 1500 euro im jahr wohlgemerkt 300.000 rechne aus 3000 im jahr bin ich bei anderthalb tausend hypothek zinsen im jahr habe ich gesagt corinna so und da haben einige das bleibt so ich habe gesagt zu in den 70er jahren ende der 70er jahre hatten wir in in den niederlanden und in deutschland hypothek zinsen von 15 16 prozent glaubt mir da gehen wir wieder hin es ist immer auf und ab auf und ab auf und ab es geht hoch und dann geht es ein bisschen runter dann geht es hoch und dann geht es wieder runter alles was war wird natürlich wieder kommen wie wird es den politikern werden die herunter leiden oder brauchen die es nicht cat weasel wir alle werden gemeinsam leiden ihr seht wie jemand vom freund zum feind werden kann bei politikern sieht man es doch so so wunderbar wie sonst nirgends der freund wird zum feind der feind wird zum freund hypothek ist eigentumsverlust seid vorsichtig mit hypotheken so jetzt kommen meine konkreten ratschläge ich bekomme zur zeit in meinen in meinen mails dauernd werbung von irgendwelchen hypothek adviseurs also hypothek ratgeber die mir sagen dass ich super blöd bin wenn ich hypothek in holland heißt das hypothek overwarde wenn ich also ein haus besitze und das haus ist zu einem teil abbezahlt da habe ich ja immer noch eine klar wieder vielleicht eine kleine möglichkeit die hypothek zu erhöhen ja also da wird werbung gemacht liebe leute um eure energierechnung zu bezahlen erhöht eure hypotheken nehmt das geld und zahlt davon die die hypotheken also ich kann jedem nur raten so zur zeit was kann ich konkret tun seid vorsichtig mit allem was ihr habt an kredite an hypotheken wenn ihr eine niedrige hypothek habt fast abbezahlt seid froh also ich weiß dass einige sagen ja aber die werden möglich weg finden versucht gerichtsvollzieher richtig gerichtsvollzieher werden richtig richtig viel zu tun haben hier war gerade ein hinweis mit den rechnungen in den niederlanden heute morgen habe ich das gelesen da gab es also eine konferenz der niederländischen gemeinden die haben sich zusammengesetzt weil sie gesagt haben es wird in den niederlanden in diesem winter wird da haben die gemeinden darüber geredet es wird viertel geben in verschiedenen städten wo es sein kann dass die hälfte aller menschen ihre energierechnung nicht bezahlen kann und die gemeinden haben schon gesagt es darf nicht sein dass diese menschen dann die ja die energiezufuhr abgeschlossen wird dass die dann im kalten sitzen klar jeder der eins und eins zusammenzählen kann sieht gerade was hier passiert wie konnten wir in eine solche situation kommen wie konnten wir überhaupt in eine solche situation kommen ich glaube es gibt keine andere region auf dieser erde familien haben sich schon immer entzweit gerade in familien gibt es natürlich heiße diskussionen zurzeit entzweien ist auch immer die chance wieder zusammenzuwachsen nichts geschieht ohne grund und ich glaube dass wir alle zusammen wachsen werden entfremdung von familien sind heute real ja aber ich glaube auch dass wir da wirklich in jetzt in der zeit sind wo es ums eingemachte geht wo wir wirklich jetzt sehen wer ist mein freund und wen wen brauche ich familien familien sind ja auch nicht ohne grund familien jede seele sucht sich genau die familie aus die sie braucht um zu wachsen und das kann auch manchmal sein dass ich dann eltern habe wo ich denke oh gott oder geschwister wo ich denke oh gott aber sie braucht genau diese situation um zu wachsen es kann sein dass ich dann irgendwann sage mit 20 oder 30 oder 40 soll jetzt jetzt bin ich genug gewachsen jetzt gibt es überhaupt keine weiterentwicklung mehr jetzt muss ich mich von dieser ich sag mal energie die mir nicht gut tut muss ich mich trennen und wir werden natürlich durch diese zeit stärker corinna darum geht es es geht einzig und alleine darum zu wachsen einzig und alleine darum stärker zu werden viele kinder entziehen ihren eltern den kontakt wir hatten vor jahren erinnert ihr euch die situation oft bei scheidungen so genannte scheidungskinder die plötzlich keinen kontakt mehr hatten mit ihrem vater oder na jetzt passiert das mit den mit den kindern die den eltern den kontakt entziehen nichts geschieht was nicht geschehen soll es gibt keine zufälle und alles ist genauso wie es ist es ist wunderbar weil wir daran daraus lernen können und weil wir auch wachsen können in europa haben wir gerade die situation wo viele menschen um ihre energierechnung bangen in südeuropa nicht so schlimm wie hier also wie in deutschland deutschland niederlande belgien schweiz schweden schweiz auch österreich auch schweden übrigens auch immer nur auf probleme hinweisen ohne lösung anzubieten also ja scheier luna danke die die probleme kennen wir alle die habe ich jetzt hier noch mal hier noch mal zusammengeführt weil ich also lösungen die situation mit den e-mails habe ich gerade erzählt wo menschen da aufgefordert werden oder aufgefordert nicht aber wohin wo wenn ich in der problem situation bin versuche ich sie natürlich und es ist eine finanzielle situation versuche ich vielleicht das eine loch mit dem anderen zu stopfen vorsicht macht es nicht erhöht nicht eure hypotheken versucht so viel ihr könnt ja zurzeit konkret zu schauen wo habe ich kostenfaktoren die nicht sein müssen es wird zurzeit auch wieder verstärkt damit geworben kredite aufzunehmen noch sind die auch die kreditzinsen sind ein bisschen höher aber sind noch nicht so bei 17 18 sind wir nicht also versucht kommt nicht in die versuchung kredite aufzunehmen versucht auch wenn ihr kredite habt versucht auch so also gerade hier ich habe jetzt den live stream und hier kommt gerade von smava kommt eine e mail mit einer werbung über kredite es wird ganz viel geworben zurzeit sogar ohne schufa auskunft bekommt ihr kredite in intuitive readings muss jeder für sich klarkommen andere können keine lösung für dich finden kat weasel genauso ist es ich muss persönlich für meine situation in meiner situation die lösung finden die schlechteste lösung ist in den in die angst energie reinzugehen das ist keine lösung das wird mich lähmen angst lähmt und angst führt auch immer zu falschen entscheidungen setzt euch hin setzt euch hin meditiert kommt in eure innere ruhe richtig liebe energie schöpfer absolut absolut es ja ich weiß dass das kritisch gemeint hier aber genau so ist es es ist es ist ja es ist ralf schick ihr positive energie und schick vor allen dingen diejenigen die dafür sorgen vielleicht aus deiner sicht heraus sie dafür sorgen dass das nicht passiert was du möchtest schick da ganz viel liebe rein jede situation in die ich liebe hinein schicke löst sich irgendwann von selbst der knoten der löst sich nie mit gewalt der knoten löst sich nur in liebe und in geduld ja jeder der schon mal versucht hat eine kette zu entwirren weiß wenn ich ungeduldig werde und ich versuche die kette auseinander zu reißen nichts passiert aber wenn ich mich hinsetze ganz in ruhe und sage ich nehme mir jetzt die zeit ganz in ruhe diese kette zu entwirren diesen knoten zu entwirren ganz in ruhe aus der liebe heraus und aus der geduld heraus dann wisst ihr geist über materie wir erschaffen unsere realität und angst erschafft weitere mangel angst erschafft weitere mangel also raus aus der angst aber aus der liebe heraus nach lösungen suchen ja die situation im winter der winter ist ja noch gar nicht da es kann sich ja noch alles ändern es kann ja sein ich sag mal theoretisch kann es sein dass der liebe gute große da der jetzt beschimpft wird ohne ende was auch keine lösung ist ganz im gegenteil wir sollten ihm ganz viel liebe schicken damit herauskommt aus 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 dieser energie vielleicht ist er auch gar nicht in dieser energie ganz viel liegt vielleicht sagt er ja ich mache diese leitung wieder offen ich schicke jetzt mal da richtig viel zu denen hin und dann ist vielleicht das problem innerhalb kürzester zeit gelöst wissen wir nicht kann sein hoffen wir ist aber zurzeit nicht der fall wie kann ich selber mit dieser situation in der jetzigen situation in der jetzigen im jetzigen moment auf auf umgehen absolut nicht aus der angst heraus panik versuchen ein loch mit dem anderen zu stopfen also keine neuen kredite keine zurückhaltung rückzug und verzicht keine neuen kredite keine neuen hypotheken oder wenn man auch so schmackhaft euch das auch gemacht wird oder einen problem hat sieht der andere eine chance also da wird wie gesagt ich kriege e mails ohne ende für kredite schicke viel liebe aber kopf kommt von ihr ablehnung ja es ist es hilft aber nur die liebe auf dauer macht liebe mürbe auf dauer kann die liebe nur nur die liebe siegt nur die liebe siegt habe meine heizung in einem raum schon an ja wenn es kalt ist dann 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 kann ich ja auch nicht anders ich will ja nicht frieren ich will ja dann vielleicht auch es ein bisschen gemütlich haben dann mach sie an wenn du das gefühl hast wenn wenn wir das gefühl haben sie muss an weil es ist mir zu kalt dann mach sie an so versuche dann aber aus dieser situation heraus in der liebe zu sagen ich brauche diese heizung jetzt die tut mir gut die wärme tut mir gut was ist mit den was ist mit den hohen vorauszahlungen ich sag jetzt einfach mal hier hat gerade jemand geschrieben was passiert wenn keiner wenn wenn wir alle sagen das geht nicht wir wollen es nicht wir können es nicht wie wäre es mit eigenverantwortung malo el carizul ist eigenverantwortung wunderbar es ist alles ist eigenverantwortung wo kann ich wo kann ich ein bisschen was einsparen die meisten ich sehe immer noch wenn ich am samstag durch die stadt gehe ich sehe immer noch viele viele menschen mit vielen vielen vollen tüten und ich war gestern war ich mit meiner zukünftigen schwiegertochter weil sie hat ja immer noch das bein gebrochen waren wir gemeinsam in einem großen supermarkt in aachen da waren sehr sehr viele belgier ja wir leben ja hier im dreiländereck belgien niederlande deutschland und in deutschland sind die lebensmittel im vergleich zu belgien niederlande deutschland sind die lebensmittel in deutschland nach wie vor am günstigsten und samstags kommen da familien und sie waren gestern wieder da wirklich familien mit einem kleinen lieferwagen und kamen vier fünf große wagen wirklich bis oben hin voll die rechnungen sind tausend tausend fünfhundert euro habe ich gestern gesehen und die werden bezahlt also die werden bezahlt für lebensmittel so die frage ist dann klar natürlich möchte ich gerne stück schokolade essen natürlich möchte ich auch ab und zu mein steak essen oder mein leckeres stück fisch oder meine lieblings butter natürlich keiner sagt dass ich das nicht machen soll aber bewusst sein wie bewusst bin ich wie bewusst genieße ich dieses stück schokolade brauche ich eine ganze tafel oder brauche ich vielleicht doch nur ein stück ja das sind dinge das kann ich nicht das kann ich doch nicht für irgendjemanden sagen was richtig ist und was falsch wer bin ich diese diese dieses recht habe ich gar nicht was ich machen kann hier im live stream ist ja sascha der eine sascha sagt die armen tiere aber ich kenne menschen die lieben ihr steak und ich will diese menschen nicht verurteilen wenn ich wirklich dass das genieße und ich bin es ganz ich bin mir davon bewusst und ich sage ich möchte aber einmal in der woche ein steak essen denn ich ich möchte auch ja ich möchte auch im vollen bewusstsein dieses steak genießen dann ist dagegen gar nicht zu sagen ich wer bin ich um andere menschen zu verurteilen ja ich kriege es nicht runter also sascha auch nicht aber da ist jeder mensch anders was ich da hier in diesem live stream damit sagen möchte ist vor allen dingen bleibt in eurem bewusstsein bewegt euch noch mehr in euer bewusstsein ohne andere menschen zu verurteilen und versucht zu schauen wo ihr so bewusst wie möglich so liebevoll wie möglich leben könnt im vollen bewusstsein zu morden da sind wir bei einem ganz 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 wichtig ganz schwieriges thema morden ja es gibt mörder die aus denen nachher die aller aller liebevollsten menschen geworden sind wir sind hier um zu lernen sascha diese welt ist die welt in der wir hier auf dieser erde leben das ist nicht das paradies noch nicht ja lasst die tiere leben ich finde ich finde es auch das tier ist damit natürlich harry das tier der körper des tieres ist nie damit einverstanden aber die seele tiere haben auch seelen pflanzen auch wir sind in dieser in der welt der seelen ja und das ist ein unglaublich spannendes thema wo ich hier aber nicht darüber reden möchte die queen natürlich trug die queen nein nein die queen hat politisch absolut keinen einfluss danke gertrude vielen vielen dank für die unterstützung die queen hat politisch keinen einfluss und offiziell ja offiziell die niederländischen der niederländischen könig und königin natürlich auch nicht auch nicht jeder von uns da sind wir mal dann bleiben wir mal bei uns dann bleiben jeder einzelne von uns trägt zu einem krieg bei trägt zu einer auseinandersetzung bei jeder einzelne von uns keiner ist da vor gefeit jeder von uns macht es jeder von uns hat schon mal einen negativen gedanken jeder von uns ja sie gibt ihre unterschriften aber politisch hat sie nicht zu sagen sie gibt nur die unterschrift sie darf überhaupt nicht sich einmischen das ist so festgeschrieben und der jetzige könig übrigens auch sie stand für ein system sascha ja sie steht für ein system welches teil ist von diesem system hier auf dieser erde und der schöpfer schaut sich alles an er sieht was hier passiert besser gesagt was heißt er sieht der schöpfer ist ja für mich er sie es diese unendliche kraft wir sind alle energie jede einzelne energie ach nur die unterschrift sascha ja das aber deswegen sage ich ja hier gerade keiner von uns ist nur in der positiven energie das schaffen wir nicht in dem augenblick wo wir nur in der positiven energie sind wir nur positives tun in dem augenblick sind wir nicht mehr hier auf dieser erde in dem augenblick sind wir fertig können wir gehen kann unsere seele aufsteigen aber ja ralf sie hatte wollen wir über die queen hier reden ich finde übrigens ich habe die queen gemocht die sie dass eine nette ältere dame sie ist 96 jahre alt geworden hohes tolles alter ist ja auch klar vielleicht auch weil sie ja weil sie auch gut gehegt und gepflegt wurde und ja sie steht für ein system absolut richtig sie hat auch herausforderungen in ihrem leben gehabt auch absolut richtig ich glaube auch nicht dass jede herausforderung aus ihrem leben uns auf dem präsentierteller hier gezeigt wurde ganz viel also ich glaube wir erfahren nur dieses ganz kleine bisschen ein prozent ihres lebens was wir erfahren dürfen aber eigentlich interessiert es mich nicht wirklich weil ja 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 okay nee das ist aber eine ganz andere geschichte sascha alma mater ich will niemanden hier verurteilen das dürfte man nicht machen sie ist gerade gegangen sie ist jetzt gerade ihre seele ist jetzt gerade in einer anderen dimension besser gesagt die seele ist ja auch noch zum teil hier verbunden weil es dauert immer eine zeit bis die seele ganz ganz in die andere dimension ist wir sind alle energie in dem augenblick wie heißt es so schöne wer ganz ohne sünden ist schmeißt den ersten stein lasst es guckt bei euch selbst es geht mich auch nichts an es geht mich nichts an und es interessiert mich nicht ob war sie böse war sie gut stand sie für das system sie stand für das weltsystem ja sascha sie stand für dieses weltsystem und das system hier auf dieser erde ist ein system von gut und böse wir haben beides wir haben beide energien hier wir haben gut und böse und wir selber es geht wirklich darum bei uns selbst zu schauen und das nicht aus dem ego heraus das geht nicht daraus aus dem ja wunderbar krümel monster freue mich es geht nicht darum alle anderen zu verurteilen das böse system das ist so wie wenn ich mich hinstelle und sage ich will jetzt die welt retten ich kette mich jetzt irgendwo fest an keine ahnung ich lege mich jetzt ich klebe mich jetzt auf den straßen in berlin fest weil ich die welt retten möchte ja wie blöd ist das denn sorry guckt erst mal guckt erst mal bei euch selbst was 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 bei euch selber ist funktioniert nicht wo seid ihr selber vielleicht nicht die allernettesten wo habt ihr heute jemanden die vorfahrt genommen wo habt ihr vielleicht heute morgen streit gehabt mit eurem kinder oder mit eurer mit eurer frau ja also doch natürlich gertrud hat sie die situation hat sie die möglichkeit selber ihre situation zu wählen allerdings mit konsequenzen wo wir so oft in den videos darüber reden ursache und effekt sie hätte sagen können ich habe dazu keine lust ich mache das nicht damals ja und dann hätte sie ihre all ihre aufgaben abgegeben und hätte vielleicht gesagt na dann gehe ich mal arbeiten vielleicht im supermarkt oder sonst wo und dann bin ich eine ehemalige königin und kann mein leben selber frei gestalten freier wille absolut jeder von uns hat einen freien willen aber es kann natürlich auch sein dass ich sage ich bin in diese rolle hineingeboren worden auch nicht ohne grund und ich übernehme die verantwortung dafür und ich mache das was für mich so wie es aussieht gedacht ist also ja ich ich Sascha ein beispiel ein beispiel ja jeder kann jeder hat einen freien willen jeder von uns und schaut bei euch selbst wir kommen mal zurück wieder auf die situation jetzt zurzeit mit dem winter der bevorsteht und die ganz hohen abschlagszahlungen die die menschen zahlen müssen und sarah wagenknecht hat das ja in der rede auch so wunderbar erklärt mit den umlagen die noch obendrauf kommen es kommt ja alles obendrauf und eigentlich das was gerade passiert ist ja das was ja und sie wunderbar ich fand es wunderbar gesagt von von der frau von der frau wagenknecht in ihrer rede das wo wir ja schon oft auch hier auf diesem kanal darüber gesprochen haben es ist ja ein witz das was gerade passiert und hat ja auch mit klimafreundlich und umweltfreundlich und um umwelt retten überhaupt nichts zu tun die leitung in dieses land des bösewichts ich nenne es mal jetzt so einfach der bösewicht in dieses land da liegt eine leitung die ist fertig ja eine nicht nur eine sondern zwei die ist fertig da haben übrigens auch deutsche eine große rolle mit darin gespielt nicht nur der herr schröder sondern auch der herr warnecke ja ehemaliger guckt euch mal die geschichte von dem herr warnecke an was der war welche rolle der gespielt hat in dem ehemaligen teil deutschlands was nachher zu einem wieder zur gesamten bundesrepublik hinzugefügt wurde für mich gibt es keine zufälle das sind keine zufälle das ist alles teil einer eines gigantisch großen spiels auf einem auf einem spielfeld einer gigantisch großen entwicklung so und jetzt sind die leitungen fertig die haben unheimlich viel geld gekostet wo auch ganz viele mit dazu gezahlt haben ja der der bösewicht ich nenne ihn einfach mal der wird ja beschimpft in den medien ohne ende was ich ja gut es ist negativität negative energie der hauptsitz dieser dieser ag aktiengesellschaft ist ja in der schweiz ja ist in der schweiz und der vorsitzende war ja lange dieser herr warnecke jetzt ist alles fertig und es könnte alles in betrieb genommen werden wird aber nicht weil dummerweise gerade zu diesem zeitpunkt der bösewicht das kleine land in das kleine land eingedrungen ist der will ja auch nicht das ganze land übernehmen das hat er nie nie gewollt es geht ihm um einen gewissen teil um den teil wird schon lange gestritten da gibt es übrigens auch eine ganz tolle deutsche journalistin die eine ganz tolle witzige frisur hat oder witzig eine interessante frisur die da auch sehr sehr oft ihre meinung dazu gesagt hat und je deutlicher je offener sie ihre meinung gesagt hat desto mehr wurde sie ja auch gemobbt also da jedenfalls jetzt haben wir die situation was haben wir denn jetzt wir haben die usa die usa holen gas aus dem boden auf eine art und weise schaut euch mal da ist das internet ist voll mit dokumentationen und filmen zu diesem thema was übrigens in den niederlanden auch gemacht wird ihr wisst wovon ich rede dieses wie der frack wird das genannt aber da kommt ein bisschen was noch hinten ran ich bin vorsichtig genau corinna diese dame dieses dieser frack ja natürlich auch eine frage es gibt ein frag das schwarze teil und es wird ja auf auf eine sehr sehr umwelt unfreundliche und sogar und das ist meine persönliche meinung sogar gefährliche art und weise aus dem boden rausgeholt in chroningen in den niederlanden hat man da erfahrungen gesammelt und da gibt es immer noch prozesse und immer noch auseinandersetzungen und da werden bürger noch nicht ernst genommen und 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 könnt ihr euch auch im internet angucken jede menge informationen zu der situation in den niederlanden in den usa ist es nicht anders da wo das aus dem boden rausgeholt ist da passieren ganz verrückte dinge so und dieses gas was da was da rausgeholt wird wird dann wird dann in extrem gesicherte wahnsinnig teure schwierige schwere schwere frachtschiffe ich nenne es mal frachtschiffe tanker tanks über den gigantisch gigantisch großen ozean gefahren und das ist gar nicht umweltfreundlich und pro frachter wird da ich weiß nicht wie viel gewinnen gewinnen gemacht millionen 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 gewinne ja was machen die usa ich habe das auch schon in einigen videos auch erzählt die ja da ist es warm da ist ganz viel warme energie da ist ganz viel reibung genau arnd peterson ganz ganz viele beben in der erde ja was machen wir wir machen unsere erde kaputt wir sind alle mit dabei jeder einzelne von uns solange wir nicht solange wir nicht den mund aufmachen solange wir es akzeptieren sagen ja dann muss ich halt die abschlagszahlung wir sind alle mit dabei mit gehangen mit gefangen 200 millionen pro tanker das hatte auch die frau wagenknecht im bundestag noch mal erzählt und ich hatte mich auch noch mal erkundigt irre ne irre martin 300 millionen sogar irre es ist ja deswegen haben die auch nicht so große wetter nicht so groß über die probleme dort geredet wie bei uns zur zeit weil ja das geld wird ja irgendwo dann auch wieder wieder investiert irre ja und wer zahlt das wer zahlt das das sind natürlich hier da können wir stunden drüber reden aber was ist die lösung die lösung ist die versucht bei euch selbst in eurer situation bei eurem in eurem eigenen umfeld in eurer situation versucht und das ist wirklich ich weiß damit sage ich das was was einige politiker auch sagen aber versucht bei euch selber zu gucken wo könnt ihr einsparen wo könnt ihr kosten einsparen ja genau der alte freut sich das all das was der alte der der frühere präsident gesagt hat das wird jetzt gemacht ne 2,4 richterskala irre ne martin irre ich weiß guckt euch das an ja da haben wir gefroren waren meist draußen anschließend die füße in den warmen küppersbusch ofen ja genau also es ist immer ein auf und ab für mich steht nur genau dann geht man nach aachen geht man da hält man die füße kann man in aachen übrigens locker noch kann man das machen geht in die geht in den elisenbrunnen da kommt das heiße wasser so aus der erde ihr braucht doch nicht ein ticket zu kaufen für die für die für das carolus therme ihr könnt da da haben wir übrigens spaß gemacht letztens habe ich da gestanden mit ein paar menschen und wir haben gesagt oh das schöne heiße wasser hier wenn uns keine dusche mehr bezahlen können dann setzen wir uns hier abwechselnd in das becken ja da kommt das ganz heiße wasser direkt aus der quelle kommt läuft da läuft da raus kann man dann auch trinken es ist wirklich warm ich glaube es ist sogar 48 grad oder so warm zu heiß um sich reinzusetzen aber man könnte dann ja jeder könnte so sein bottig mitbringen und macht den voll und setzt sich da rein corinna wir haben darüber geredet auch ich weiß genau also absolut martin hört sich wenig an aber es ist ja martin kennt sich aus in den niederlanden und das wird in deutschland zum glück nicht gemacht bis jetzt weil da auch nicht so viele große vorräte sind aber das sind enorme schäden und nicht nur das sind ja auch nicht die kleinen schäden jetzt es ist wir reden hier immer sehr viel auf diesem kanal auch über ursache und effekt und es sind ja dann auch die langzeitschäden die langzeit folgen ja die langzeit also wir denken so oft immer nur bis morgen ja heute juhu heute ist alles toll ach morgen sich weiter 50 teelichter 599 nini ja teelichter sind wunderbar brauche ich sie ich weiß es nicht es ist vielleicht jetzt wirklich ein umdenken angesagt brauche ich teelichter brauche ich deko material ich rede sehr oft hier in den niederlanden habe ich jetzt letzte woche noch mit leuten darüber geredet es gibt diese sogenannten kringlob winkels kringlob winkels sind läden wo menschen ihre sachen abgeben umsonst abgeben und wo ich die sachen für sehr 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 kleines geld gebrauchte sachen kaufen kann und es sind traumhaft schöne sachen dabei traumhaft schön ach so teelichtofen habt ihr kalt waschen und danach kalt duschen geht auch ja hauptsache ich kann duschen hauptsache ich habe wasser wir haben so oft und das habe ich auch das habe ich schon der vater meiner kinder hat das übrigens schon gesagt das war 1982 hatten wir heftige diskussionen er und ich wir haben immer gerne diskutiert in liebe diskutiert ganz viel liebe schicke ich dir falls er zuguckt und da haben wir darüber diskutiert weil er ist ein mensch er ist ein sehr sparsamer mensch und also von natur aus sparsam nicht weil er muss sondern weil es ihm einfach weh tut ressourcen zu verschleudern und er hat immer gesagt wart es mal ab es kommt noch wirklich der tag an dem es um die wasserreserven geht der kampfungswasser ja und wir sind wirklich in diese richtung wir reden jetzt über die energie der heizung aber wir werden noch über energie des wassers reden und das wird noch mal eine ganz andere nummer also ich will jetzt hier keine angst machen absolut nicht ich möchte ganz im gegenteil ich möchte dass wir uns bewusst darüber werden was gerade hier stattfindet und wo auch sich unsere energie hin entwickeln wird wenn wir uns nicht bewusster werden ja der stream ist heute vielleicht emotionaler aber deswegen weil ich möchte dass wir darüber nachdenken was die zukunft für uns bedeutet nämlich mehr ins bewusstsein gehen mehr in die liebe hineingehen weniger verurteilen ja richtig genau martin da das meinte ich das haben sie nämlich alles nicht genau es kommt alles ans licht glaubt mir und auch ich bin auch davon überzeugt dass es keinen einzigen politiker gibt der absichtlich menschen bürger schaden zufügen möchte ja ich weiß einige sind jetzt anderer meinung nein es geht ums ego das ist immer dieses was tue ich für die gemeinschaft was tue ich für die allgemeinheit oder was tue ich aus meinem ego heraus es manchmal tue ich dinge aus meinem ego heraus denke kurzfristig denke rose nein also wenn ich keine hoffnung mehr habe dann ja was kann ich denn machen dann kann ich eigentlich mich ganz zurückziehen aus dem leben es ist gerade jetzt in dieser situation die schwer ist nichts ist leicht ich habe jeden tag haben wir neue herausforderungen es gibt keinen tag ohne neue herausforderungen und was wollen wir alle jeder einzelne hatte ich heute morgen eine wunderbare diskussion zu jeder von uns möchte eigentlich nur eins und das ist ein bequemes leben ein bequemes leben nicht mehr arbeiten müssen sich keine sorgen machen müssen sich zurücklehnen und glaubt mir keiner von uns hat dieses leben wenn ihr euch mal anschaut welcher tag an wenn ihr an wenn ihr aufwacht morgens nimmst leicht durchatmen sascha wenn ich morgens aufstehe habe ich selber in der hand in welche richtung sich mein tag entwickelt bedanke ich mich beim schöpfer dass ich heute wieder aufwachen durfte bedanke ich mich dafür dass ich wieder mich bewegen kann gesund bin dass meine beine funktionieren es ist so selbstverständlich unsere beine funktionieren meine arme funktionieren in dem augenblick wo euer körper nicht mehr funktioniert habt ihr nur einen einzigen wunsch nämlich einen wieder funktionierenden körper zu haben wenn ich krank bin habe ich nur einen einzigen wunsch da wird alles andere alles andere wird unwichtig die heizung die kosten alles andere wird unwichtig es geht um die innere einstellung es gibt kein bequemes leben aber ich habe es selbst morgens in der hand in welchem bewusstsein werde ich wach heute ist wieder ein fürchterlicher tag bald ist der winter da kann ich meine heizung nicht bezahlen nein danke danke dass ich wach werden durfte danke danke dass ich mich noch bewegen kann danke dass ich heute nacht ja schlafen durfte und dass ich jetzt wieder in frischer kraft da sein darf und dann überlegen was möchte ich heute erreichen was ist heute meine aufgabe was möchte ich heute tun ich möchte heute einigen menschen eine freude machen ich möchte heute daran arbeiten dass ich ein besserer mensch bin ich möchte heute an die dinge arbeiten in mir die schwierig sind ja vielleicht was ist das was mich am meisten ärgert meine ungeduld mein ego dass ich alles haben will vielleicht dass ich mir so viel sorgen mache dass ich in der angst bin ist das meine größte herausforderung prima dann werde ich jetzt heute daran arbeiten ein lächeln verschenken trotz allem gerade in der jetzigen situation wo so viele leute nicht mehr wissen wie es weitergeht geht mit einem lächeln durchs leben diese 20.000 zuschauer die wir hier sind wenn 20.000 menschen ja 20.000 menschen ja schlafen viele menschen schlecht haben wir aber selbst in der hand die frage ist wie mit welchem gefühl gehe ich ins bett versucht eine halbe stunde zu meditieren gesund frieren ist okay doris berger besser gesund frieren als krank frieren oder ich weiß es ist nicht leicht das weiß ich doch auch ich bin doch in der gleichen situation aber besser gesund frieren als krank frieren ich kann mir auch und das ist für mich normal ich liebe es mit drei vier decken abends auf der couch zu liegen es ist wunderbar es ist kuschelig mach mal ein kärzchen an ja es ist schön buch lesen spar ich auch wieder energie es ist diese blöde glotze nicht an die geht bei uns sowieso nicht an aber ja es ist ich meine ich kann ich kann jammern sagen und jetzt habe ich die muss ich der decken nehmen es ist kuschelig legt euch zusammen unter die decke man kann nicht immer lächeln marlowe doch man kann versuch es doch man kann ja klar es ist schwer aber nimm dir als ziel vor nimm dir als ziel vor dass man kann nicht immer lächeln ziel diesen satz umzudrehen ich kann immer lächeln ja gute idee einfach gemütlich im herbst genau wenn draußen der regen am fenster plätschert und es ist drinnen kalt und ich habe meine decken und ich sage mir denke ich immer danke wie schön ist das ich habe ein dach über dem kopf und ich höre den regen den plätschern regen ja diese zeit zeigt uns das was das wesentliche und das wichtige im leben ist auch da habe ich gestern ein gespräch zugeführt mit einer dame und sie sagte mir jetzt gerade wird wirklich wird wirklich deutlich was wichtig ist was wichtig ist danke kuniver ziegel danke 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 was für ein interessanter schöner name ja ja es ist die beste zeit natürlich ist jetzt die beste zeit und glaubt mir sie wird noch besser sie wird besser regen im bett genau ich auch wenn ich regen höre ich liege im bett dann schlafe ich wie ein baby schlafe ich sofort ein das ist meditation natürlich soll man nicht alles hinnehmen das sage ich auch gar nicht nein 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 das sage ich gar nicht okay danke für den hinweis absolut ganz im gegenteil alles hinnehmen alles alles hinnehmen absolut nicht aber um etwas tun zu können es bringt ja nichts wenn ich jetzt aus der reaktiven negativen energie aus der reaktiven negativen energie auf die danke rose auf die straße gehe und sage ich zeig es denen jetzt also da habt ihr nichts daran das wird nichts ändern das glaubt mir da sind ganz andere mächte am werk und die haben auch ganz andere methoden die ja ich rede jetzt über die wir sind ja alle mit dabei da werdet ihr verlieren das da wird wird alles kaputt gehen da wird alles kaputt gehen macht es nicht der einzige weg ist tatsächlich bei mir selbst anfangen meine innere überzeugung meine innere energie meine innere liebe und dann der zusammenhalt mit anderen ja das will ich hier dieses geburt will ich gar nicht hier aussprechen aber natürlich kann ich das machen absolut wenn ich in der liebe bin in der energie der liebe mit anderen zusammen wenn ich mir wo hier gerade darüber gesprochen wird wenn ich mir darüber bewusst bin dass das hier das hier ist die zeit gerade wird der schalter wird umgedreht der schalter wird gerade umgedreht auch in den köpfen der menschen in der ruhe liegt die kraft aus welcher energie heraus handel ich handel ich aus der angst heraus und die reaktion die wut oder handel ich aus der kraft heraus aus der kraft heraus und sage es ist jetzt so die zeit ist da eigentlich konnte ich es mir schon an allen fingern abzählen dass irgendwann eine zeit kommt wo es nicht so selbstverständlich ist dass ich jeden tag in ins geschäft gehen kann und alles einfach 50 verschiedene sorten zahnpasta das erste mal wo ich in den usa war da war ich anfang 20 19 nicht einfach 20 war ich das erste mal in den usa und ich war gewohnt hier in den niederlanden gab es noch die kleinen tante emma lädchen und da die riesen supermärkte mit einer ganzen reihe zahnpasta eine sorte zahnpasta reicht eine oder vielleicht zwei eine mit und eine ohne ne vielleicht auch ein shampoo reicht ich kann mir auch mit seife meine haare waschen ja und ich brauche auch keine teure creme es ist eine creme reicht es gab früher eine so eine blaue creme in deutschland ja mit weiß drauf geschrieben ja da sagen viele ja die würde ich ja nie mehr mal benutzen ich kenne ganz viele frauen die die bis zum schluss benutzt haben bis zu ihrem lebensende ja also ruhe bewahren und seine wehrhaftigkeit behalten richtig martin ja gab nicht so viel auswahl und wir waren glücklicher wir sind jetzt in der zeit wo viele sagen früher waren wir glücklicher nein wir sind jetzt auch glücklich es ist eine glückliche zeit aber es ist die zeit der bewusstwerdung des bewusstseins wie viel für sie verschiedene sorten waschmittel brauche ich wie viel verschiedene sorten olivenöl brauche ich wie viel verschiedene sorten sonnenblumenöl brauche ich was brauche ich was brauche ich wie viel krempelkram brauche ich in meinem haus ja und ich bin davon überzeugt fast alle von uns haben zu viel zeugs in ihrem haus ja wir waren bescheidener und wir waren zufriedener und ich habe es ja gesehen ich bin ein kind der 60er jahre und meine eltern waren bescheiden und ich habe das auch schon oft erzählt wenn ich neue stiefel ich wollte mal diese cowboy stiefel habe ich auch schon mal erzählt da war ich 15 oder 15 war ich da und ich hatte stiefel ich hatte schuhe und meine mutter hat gesagt wenn du diese cowboy stiefel haben willst dann musst du sie dir selber kaufen dann guck zu wo das geld her kriegst und dann habe ich den ganzen sommer im schwimmbad gearbeitet da gab es früher gab es ja noch in fast jedem ort ein schwimmbad und habe mir da das geld verdient und bin dann stolz wie oscar die haben damals 129 gulden gekostet werde ich nie vergessen die stiefel habe ich übrigens heute noch ja und eigentlich ist es auch ein wunderschönes gefühl immer noch wenn ich diese stiefel sehr denke ich immer noch daran was ich dafür alles habe tun müssen um diese stiefel zu kaufen es ist heute anders es ist nicht schlimmer es ist nicht schlechter es ist nicht besser es ist anders junge leute wenn ich denen das erzähle ja okay die arbeiten manchmal auch aber es gibt auch ja es gibt auch kinder die die nehmen das geld die haben groß die tasche stellt und gehen einfach und samstag ich langweile mich dann gehen wir mal in den in den preiswerten land kaufen uns ein t-shirt eine bluse oder was auch immer brauche ich sie ich sage nicht dass ich schlechter bin oder besser bin absolut nicht absolut nicht ja alle manche missen alle drei monate aus da bin ich ganz anders ich behalte meine sachen ewig ewig weil ich immer denke ich kaufe mir lieber was qualitativ gutes und manchmal gucke ich dann auch dass ich das dann reduziert oder so bekomme und ich behalte es ewig und es ist es ist ewig schön und ewig lange ich habe also ganz alte sachen noch bei mir die ich die ich liebe weniger ist mehr ja und dadurch ist es aber auch so immer frage ich mich brauche ich das ist das schöner so auch das als hinweis ist das was ich jetzt gerade kaufe ist das schöner ist das toller als das was ich habe ganz viele von uns und ich habe das auch gemacht ja ich habe habe das auch gemacht die ja peinlich heute haben vielleicht fünf outfits und es freut mich ja es ist auch es ist es ist wirklich die frage wie viel brauche ich wie viel brauche ich wie viel kann ich und und das deswegen die kringlobwinkels in den niederlanden deutschland gibt es das auch antiquitäten oder trödelmärkte in die kringlobwinkels übrigens lohnt sich noch mehr in der grenzregion sind die ganz beliebt auch bei studenten schaya luna vor dem umzug ausgemistet und minimalisiert und vermisse nichts das ist ja so oft so fragt euch bei allem was ihr kauft fragt euch bei allem zwillingseigenschaft alles lange zu behalten ja ich behalte auch meine guten ich behalte meine sachen ewig lange und manchmal habe ich meine jäckchen die ich immer anhabe das sind jäckchen bei die sind wirklich tatsächlich 30 jahre alt ich habe sogar ein jäckchen ist 40 jahre alt das habe ich mir in münchen gekauft als ich studierte dort ja das war von einer jungen designerin das habe ich immer noch und es ist immer noch schön ja natürlich muss man dann es ist ein bisschen enger geworden aber okay das das ist dann das ist auch bewusst sein dann vielleicht okay zu sagen wie lange kann ich das das behalten und die stoffe übrigens die qualität ist besser als viele stoffe heute ja der also alte stoffe sind oft bessere qualität heißt aber nicht dass ich so leben muss es gibt auch menschen die sagen ich verschenke alles alle drei monate und kaufe mir dann ein paar ausgesuchte qualitativ hochwertige sachen und trage die dann auch das die frage ist nur wie bewusst lebe ich ich möchte aber unbedingt diese marke zahnpasta und keine andere und jetzt gibt sie nicht und jetzt flippe ich aus nein eigentlich brauchen wir alle eine zahnpasta oder zwei nix ja damals war alles qualität das wollte ich genau hier hier ist der nein hier ist er nicht doch hier ist er auch diese kugelschreiber zum beispiel ich habe mir weil ich ja sehr sehr viel mit der hand schreibe ich glaube das habe ich auch schon in einem video erzählt habe ich mir einen guten kugelschreiber gekauft in einem schreibwarengeschäft und alles was früher aus metall war ist heute aus plastik metall farben eingefärbt so viel plastik dafür brauchen wir was ist plastik dafür brauchen wir öl für plastik brauchen wir öl deswegen ist vielleicht auch auch das mit grund dass sich irgendwelche ja irgendwelche menschen überlegt haben dass wir das öl vielleicht besser nicht verheizen sondern für andere dinge brauchen ja es geht ums bewusstsein es geht tatsächlich einzig und alleine ums bewusstsein und wenn ich bewusst lebe merke ich bei mir selber vielleicht auch dass ich einiges einsparen kann also an dinge die ich vielleicht von denen ich denke dass ich sie brauche ja natürlich ist es schön wunderbare bunte servietten auf dem oster tisch zu haben und vielleicht wenn ich dann sage gut aber manchmal gibt es auch so was übrigens in kringlopens ja andrea absolut kleinere wohnungen vielleicht vielleicht ist es auch alles das bewusstsein verändert sich gerade das bewusstsein verändert sich gerade und wir sind auch die generation die jetzt heranwächst hat auch so viel energie in 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 der umgebung energie wir haben wir sind noch aufgewachsen mit platten tonbänder platten kassetten cds das ganze das also die ganze entwicklung das brauchen wir heute alles nicht mehr wir brauchen also auch insofern weniger platz es geht ums bewusstsein in in einem hohen bewusstsein komme ich auch durch diesen winter und ja natürlich muss ich mir nicht alles gefallen lassen absolut nicht ich kann auch sagen nein ich mache es nicht mit und da kreativität ist gefragt auch wirklich vielleicht muss ich auch sagen ja ich kann diese rechnung nicht bezahlen wenn ich sie bezahle dann fehlt mir das geld da wo ich es wirklich brauche wolldecken für fünf euro gekauft alma mater ja wunderbar wunderbar ja manche hören cds manche hören schallplatten wir ist ja jetzt auch wieder in ist auch wieder hip ich will damit nur sagen ist man wir können nichts falsch machen sagen wir mal so keiner macht was falsch jeder macht alles richtig jeder einzelne von uns wir sind starke seelen jeder einzelne von uns macht alles richtig genau so wie ich es mache macht es bitte aus dem bewusstsein heraus und aus einer positiven energie heraus fangt den tag an mit der positiven energie vergesst nie niemals dass wir nicht alleine sind dass der schöpfer da ist auch wenn es manchmal so aussieht als wäre ich nicht da manchmal vergessen was ja auch aber seid euch darüber bewusst bleibt in diesem bewusstsein es ist unglaublich wichtig und lasst euch nicht durch irgendwelche werbung auf irgendwelche durch die angst durch angst getrieben in irgendwelche dinge hineinreden die ihr eigentlich gar nicht wollt ja in irgendwelche neuen verträge oder irgendwo noch was aufnehmen weil ihr denkt ihr stopft ein noch mit dem anderen das ist niemals die lösung das ist nie die alten glaubenssätze des mangels auflösen schaya luna wir leben im überfluss und auch das übrigens können wir eine neue diskussion darüber anfangen mache ich auch noch mal ein video zu wie teuer ist teuer ja wenn ich mehr bezahlen muss dann kann es auch sein dass die energie gerade in eine ganz neue dimension hineinfließt kann auch sein auch das ist teil unserer veränderungen ja nein es wird überhaupt nicht schlimm es ist alles ganz wunderbar aber es wird anders es wird anders veränderung keiner von uns will veränderungen trotzdem sind wir in jeder sekunde veränderung und in dem sinne möchte ich jetzt für heute das video den live stream beenden ich sage immer danke dass ihr bis zum schluss zugehört habt weil ihr ja gesagt habt dass euch das besser gefällt wenn ich mich verabschiede und dann mache ich das natürlich ich habe das erst nicht gemacht weil ich dachte ich nutze die gesamte zeit um was zu erzählen aber es wird wunderbar es ist wunderbar der tag ist wunderbar draußen scheint die sonne und doch schaya luna doch jana es ist einfach eigentlich ist alles einfach was sorgt dafür dass ich denke dass es nicht einfach ist das ist die angst es ist immer die angst kommt raus aus der angst das ja kommt kommt raus aus der angst haltet zusammen egal wo die menschen sind auch in dem einen land was hier gerade geschrieben wurde richtig es ist so und und viele verstehen es auch nicht viele verstehen es auch nicht aber letztendlich muss es genauso sein wie es ist lasst uns gemeinsam dafür sorgen dass mehr menschen in dieses positive bewusstsein reinkommen dann sind wir auf dem richtigen weg gemeinsam danke euch allen einen wunderschönen sonntag eine traumhaft schöne woche bis nächste woche und ganz ganz viel viel spaß bei den nächsten videos die kommen viel spaß viel liebe viel einsicht danke dass ihr dabei wart ich habe mich super super gefreut tschüss bis nächste woche tschau tschau ja ich wollte beenden und es ging nicht tschüss heute ist alles ein bisschen andere energie